Ein herzliches Grüß Gott hier, Herr Hoben von der Reittalm und ja, hinter uns, da sieht man schon den Sommerschnee und das ist auch schon das Thema, denn wir wissen ganz genau, diese Ice Package Challenge, das ist wohl was ganz Besonderes und die Planeibahnen haben uns nominiert, das freut uns ganz besonders, soll uns aber auch nicht daran hindern, weitere Kandidaten zu nominieren und wir bleiben in unserer Gemeinde, der Gemeindevorstand, der Gemeinde Bichl-Bräuneck, dann haben wir weiter noch den Vorstand des Tourismusverbandes Bichl-Reittalm und nicht zuletzt den Vorstand des WSV Bichl-Reittalm, also macht mit, es ist nämlich eine ganz ganz wichtige Sache, wir wissen, dass alles das gehört unterstützt, um diese Forschung weiter voranzutreiben und da machen wir gerne mit, die Reittalbergbahnen mit dieser kleinen Einlage und natürlich auch einer finanziellen Spende. In diesem Sinne glaube ich, toll, 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 toll. Bravo! 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 Bravo!